while soll das thema sein in diesem kurzen video wir haben uns bereits die sehr einfache programmiersprache loop angeschaut als eine modellsprache die nichts weiter kann als schleifen endlich oft ausführen und ein paar werte manipulieren trotzdem kann sie schon eine menge aber eben nicht alles wir haben gesehen es gibt berechtbare totale funktionen die loop nicht berechnen kann und die frage die sich jetzt stellt ist was fehlt zu einer programmiersprache noch damit sie all das kann was touring maschinen können und es stellt sich heraus man braucht gar nicht die 700 bis 800 seiten c plus plus standard um alles zu können was tun maschinen können es reicht schon eine einzige weitere funktionalität und das ist eben das besagte weil wie wir gleich sehen werden herzlich willkommen zurück mein name ist marcus kruitsch und dies sind die videos zum thema theoretische informatik und logik der tu dresden okay also warum ist loop zu schwach was fehlt ich habe es bereits gesagt intuitiv die loop programme sind zu vorhersehbar sie terminieren immer ein programm kann nur endlich lang laufen und man weiß im prinzip immer wie lang das sein wird dass ist zu vorhersehbar das ist etwas was touring maschinen nicht haben diese eigenschaft sie sind schwerer zu deuten wir wissen dass von den busy biebern ja bei touring maschinen gibt es viele dinge die wir nicht wissen können aber dass das gibt ihnen eben auch ihre mächtigkeit wir brauchen also ein weniger vorhersehbares programm konstrukt und das ist wie gesagt weil weil ist also auch ein schleifen konstrukt aber mit dem unterschied dass man vorher nicht weiß wie oft man die schleife durchlaufen wird dazu definieren wir uns eine kleine programmiersprache wir nennen sie weil sie basiert wie loop auf variablen v und natürlich in zahlen n eigentlich alles genau wie bei loop und ich vereinfache mir die definition auch noch mal ganz stark dadurch dass ich einfach sage weil programme sind induktiv so definiert wie hier erster punkt jedes loop programm ist ein weil programm wert zuweisungen plus und minus hintereinander ausführung und auch die loop schleife nehmen wir einfach mit rein und zweitens wenn p ein weil programm ist zum beispiel nach dieser definition nach diesem ersten teil dann ist auch weil x ungleich null du p end ein weil programm für jede beliebige variable x das ist also auch wieder eine schleife sie hat eine abbruchbedingung weil x ungleich null aber diesmal ist es nicht einfach nur eine wiederholung für endlich viele fälle sondern wir führen diesen teil aus solange bis x null ist und das mag unter umständen nie passieren weil kann unter umständen lange laufen die semantik dieses konstrukt ist sehr einfach wie ich es gerade schon intuitiv gesagt habe p wird so lange ausgeführt wie der wert von x ungleich null ist das heißt wir betrachten den aktuellen wert von x und nicht wie bei loop nur den wert den x eingangs hatte um das zu bestimmen ansonsten ist alles genau wie bei loop und weil programme werden wie loopprogramme ausgewählt okay gut das ist alles was man dazu wissen muss die erst das einfache erkenntnis ist das weil programme endlos lang laufen können wie dieses einfache hier zum beispiel was x auf eins setzt und dann weil x ungleich null etwas ausführt was x überhaupt nicht mehr ändert das heißt diese schleife wird niemals verlassen okay zweite beobachtung loop ist natürlich überflüssig wenn man weil hat ich kann jede loop schleife auch mit hilfe von weil ausdrücken in diese richtung geht es in die andere richtung nicht ich nehme mir einfach eine frische variabel die ich sonst nirgends verwende z und initialisiere die mit dem wert von x und schreibe dann weil z ungleich null du und für das was ich tatsächlich tun will aus was natürlich auch z nicht erwähnt denn das war ja eine frische variabler und jedes mal wenn ich das getan habe dekrementiere ich z um eins das wird genau zu x vielen durchläufen führen also brauche ich die loop schleifen eigentlich gar nicht mehr ich habe sie allerdings der einfachheit halber mit reingenommen weil das mir ein paar anstriche spart und ja man kann ja auch mal noch so ein programmkonstrukt mit einbauen okay gut das ist also die programmiersprache while und alles andere ist wie bei loop und wir können auch genauso wie bei loop die ein und die ausgabe definieren sie erinnern sich wir hatten da variablen x1 bis xk als eingabe verwendet und x0 als die fest vorgegebene ausgabe variable in die man das ergebnis schreibt wenn man eins zurückliefern möchte mit dieser ideen kann ich bereits eine while berechenbare oder die while berechenbarkeit definieren eine partielle funktion in diesem fall keine totale von k-tubeln natürlicher zahlen auf natürlicher zahlen heißt while berechenbar wenn es ein while programm p gibt so das gilt falls die funktion auf den eingaben n1 bis nk definiert ist dann terminiert dieses programm bei dieser eingabe mit der korrekten ausgabe also x0 wird am ende diesen wert haben falls hingegen die funktion auf dieser eingabe nicht definiert ist dann terminiert p bei dieser eingabe nicht das ist also die möglichkeit wie man undefiniert darstellen kann das fehlte uns bei loop wir konnten dort überhaupt keine partiellen funktionen kodieren man könnte sich natürlich auch bei loop irgendeine erweiterung im programm vorstellen mit der man ausdrückt ich habe dort kein ergebnis dann hätte man auch partielle funktionen aber unsere beweise haben ja gezeigt dass das nicht eigentlich die der grund ist warum du beschränkt das loop auch auf totalen funktionen schon schwächen hat die man eigentlich gern überwinden okay das ist also eine while berechenbare funktion das wichtigste ergebnis zu while ist jetzt das folgende eine partielle funktion ist genau dann while berechenbar wenn sie touring berechenbar ist also der begriff while berechenbarkeit ist nichts anderes als der begriff berechenbarkeit den wir vorher schon eingeführt haben weil ist eins von den vielen berechnungsmodellen die äquivalent sind zur touring maschine okay das ist vielleicht überraschend denn wir haben wirklich nicht viel gebraucht ja also loop können sie ja weglassen damit haben sie nur noch die wertzuweisungen und hintereinander ausführung und die schleife und das reicht schon aus um beliebige touring maschinen zu simulieren wie kann das überhaupt gehen ich zeige es ihnen gleich ganz konkret also wir werden sehen wie es funktioniert das ist wirklich nicht schwer sie sehen ich habe noch fünf okay die beiden richtungen die ich zeigen möchte fangen wir mal mit der einfachen an und okay ich gebe zu ich mache es mir auch ein bisschen einfach hier ich werde die touring maschine nicht spezifizieren sondern etwas mit den händen bedeln und sie werden mir das dann glauben dass es funktioniert behauptung eins also für den satz deterministische touring maschinen können while programme simulieren wenn wir jetzt church touring annehmen was wir vielleicht nicht tun sollten dann ist das vielleicht sowieso klar ja also intuitiv kann man while programme simulieren ja sie könnten sich sicherlich sofort vorstellen wie sie selbst einen while interpreter schreiben und wie der aussehen könnte und dass das machbar ist also nichts davon scheint irgendwie schwierig zu sein sie müssten einfach nur die schleifen abarbeiten und im prinzip ist das auch genau der beweis wir sollten allerdings nicht allzu einfach es uns machen wir sollten nicht einfach sagen nach church touring ist das klar weil ja wenn man gerade wenn man die ausdrucksstärke von verschiedenen berechnungsmodellen untersucht dann kann man sich nicht auf eine these stützen die man gerade eigentlich dabei ist zu beweisen also wenn wir gerade dabei sind eine besondere instanz der church touring these zu zeigen also dass zwei verschiedene berechnungsmodelle das gleiche tun dann wäre es nicht günstig wenn wir dabei die these selbst anwenden um das zu kriegen also ein bisschen genauer sollten wir sein trotzdem auch in der touring maschine kann man so ein while interpreter eigentlich relativ leicht schreiben und ich werde mir nicht die mühe machen die zustände alle anzugeben um das zu argumentieren wie könnte das funktionieren naja zunächst einmal damit es ein bisschen leichter zu sehen ist können wir sagen wir verwenden gleich eine mehrband touring maschine in der es für jede variable im simulierten programm ein eigenes band gibt das geht ich weiß ja vorher wie viel das programm variablen verwendet er ist syntaktisch und so viele bänder darf ich gerne nehmen das sind zwar eine ganze menge aber das vereinfacht schon mal die codierung in touring maschinen selber und man hat jetzt für jede variable in einzigen einzelne einzelnen schreib lesekopf der gezielt diese variable auslesen oder verändern kann wenn das nötig sein sollte wir müssen natürlich auch natürliche zahlen irgendwie codieren es gibt ein endliches band alphabet bei touring maschinen wir können also nicht einfach an eine stelle der touring maschine eine ganze natürliche zahl schreiben so wie man vielleicht aufgrund des der definition von while programmen erst mal denken könnte ja da haben wir ja auch eine ganze natürliche zwei andere variable das passt aber in keine zelle wir müssen es irgendwie codieren und das können wir zum beispiel binär machen ja also das wäre eine möglichkeit was können die dtms jetzt tun naja zum einen können sie leicht von einem band auf ein anderes kopieren also wenn sie alle null und einsen die auf einem band stehen auf ein zweites schreiben wollen das schaffen sie da können sie sich tun maschine bauen dazu man kann auch außerdem leicht die zahl auf einem band um eins erhöhen binär zähler in touring maschinen codieren ist auch eine einfache grundübung sie müssen nur die den übertrag immer mitnehmen ist ganz ganz leicht kann man sich eine touring maschine überlegen die das macht im prinzip so eine ähnliche hatte ich ihnen sogar schon mal gezeigt in diesen videos hier die also plus eins rechnet und dann den übertrag mit ok wenn man das beides zusammen nutzt kann man schon so eine addition zu einer beliebigen konstante erhalten ja also man kopiert zunächst den wert von y und rechnet dann n mal plus eins kann man ja hintereinander machen sie bedenken auch wir beschreiben hier keine touring maschine die ein while interpreter ist so wie ich das so salopp paar mal gesagt alles was wir brauchen ist eine konkrete touring maschine für ein konkretes while programm das heißt das programm ist fest und nur dieses eine programm wird durch die touring maschine simuliert das reicht uns schon und damit können wir also auch wenn wir plus n rechnen wollen einfach n mal die touring maschine die plus eins rechnet hintereinander hängen haben wir eine ziemlich unpraktische und große touring maschine aber es ist völlig okay für diesen beweis simulation von minus n ist analog möglich ich muss dann dekrementieren und aufpassen dass ich nicht unter null komme ja also dass mein dekrementierungsalgorithmus bei null einfach null behält aber das ist auch nicht schlimm sequentielle ausführung von programmteilen ist einfach die hintereinander ausführung im zustandsgrafen ich hänge einfach teillösungen hintereinander so wie es gerade schon mit plus n argumentiert hat sie könnten das sogar gleich nutzen sie könnten sagen plus n braucht man nicht wir machen einfach n mal die anweisung plus 1 das würde auch funktionieren natürlich beim ersten mal y plus 1 beim nächsten mal dann immer x plus 1 weil man den wert den x schon hat immer weiter erhöhen und damit hätten sie schon gar nicht mehr die notwendigkeit dieses n mal auszuführen hat immer bloß plus 1 als 1 evaporation ginge auch okay gut so könnte man also sequentielle ausführung machen dann fehlen noch die schleifen da bin ich ein bisschen gröber hier ja also mit eine while schleife können sie aber auch darstellen sie nehmen einfach das programm für den inneren teil der while schleife was sie wir nehmen das mal an schon konstruiert haben ja auch ein induktionsbeweis den ich hier mache ich zeige wie man vom kleinen zum großen die programme baut sie nehmen wir nehmen also an wir haben schon den teil den inneren teil der while schleife als touring maschine gebaut jetzt machen wir eine schleife daraus indem wir tatsächlich eine schleife bauen im zustandsgraf also wir verbinden den letzten zustand dieses programms mit dem ersten aber auf dem weg dazwischen testen wir noch auf gleichheit zu null also da bauen wir noch eine kleine touring maschine an ein die eine andere eine bestimmte variabel x also ein band auf null testet also prüft ob dort nur null entstehen und wenn dem so ist dann wird sie die schleife verlassen also zu dem nächsten teilprogramm weitergehen oder wenn dem nicht so ist dann fängt sie wieder vorne in dem gleichen teilprogramm können sie ganz leicht implementiert okay also das ist zwar alles skizzenhaft aber tatsächlich wäre das als übungsaufgabe noch umsetzbar mit ein bisschen bisschen zeit für die verschiedenen teile okay so viel zur touring maschine für ein gegebenes while programm die rückrichtung ist vielleicht interessanter wie kann man mit while eine beliebige touring maschine simulieren und das braucht jetzt ein paar schritte um das zu verstehen und ist aber eine ganz schöne argumentation denn sie wird uns auch zeigen wieso wie man natürliche zahlen verwenden kann um mit beliebigen daten zu arbeiten und das ist ein übergang zwischen natürlichen zahlen und bit ketten sag ich mal das ist etwas was ganz allgemein von bedeutung ist wenn man aus der welt der mathematiker vor allem der frühen mathematiker wie eben ackermann und sudan und dem herrn hilbert selbst die alles im prinzip in sich in funktionen vorgestellt haben in funktionen auf natürlichen zahlen wie man von dieser welt gelangen kann in die welt der bits und bytes die uns heute als primäre repräsentation von daten im computer erscheint es ist nicht schwer und wir werden es gleich sehen okay wir vereinfachen einige dinge wir simulieren erst mal hier nicht beliebige touring maschinen sondern nur welche die ein als band alphabet 01 haben und natürliche zustände und und zustände haben die selbst natürliche zahlen sind also wir gehen davon aus die zustände sind einfach durchnummeriert das ist natürlich unerheblich für das arbeiten der touring maschine aber es macht den umgang ein bisschen leichter wenn man es im wild darstellen will weil man hat dann gleich die korrespondenz zwischen zahl und zustand und jetzt kommt aber der eigentliche trick ich habe eine touring maschinen konfiguration die man so sich vorstellen kann das ist immer eine ähnliche in ähnlicher bandinhalt in dem aber auch der zustand und die position des lese schreibkopfes eine rolle spielen das heißt ich kann sagen es gibt also zeichen a1 bis ap die liegen vor dem lese schreibkopf dann folgt der lese schreibkopf auf dem zustand auf dem zeichen ap plus 1 und dann folgen noch weitere zeichen bis al und ich bin im zustand q das schreibe ich so okay das ist eine konfiguration wie stelle ich das jetzt in meinem wild programm und da kommt der trick wir benutzen drei variablen die erste heißt left und die hat den wert der durch a1 bis ap binär kodiert wird also das heißt ich lese einfach das was jetzt als string von 0 und 1 steht ganz einfach als zahl und least significant dabei ist ap also das heißt dass das schwächste bit ist hier hinten und das höchste bit ist hier von a1 okay state ist eine variable der gebe ich einfach den wert q und dann habe ich hier noch diese seltsam benannte variable was soll das sein ja das ist right rückwärts ja ich versuche jetzt nicht das auszusprechen aber diese variable ich nenne sie mal right vereinfacht die ist also für den rechten teil des bandes zuständig aber umgekehrt sie sehen ich fange mit al an und gehe bis ap plus 1 das least significant bit ist also wieder ganz rechts also ich möchte dass diese enden es hier beibehalten in meiner kodierung ich könnte es auch anders machen ja aber das das ist natürlich schöner so okay also das heißt ich schreibe die zahl genauso auf aber diesmal ist das zeichen auch wieder das zeichen was das am nächstgelegenen ist ist zum lese schreibkopf das ist das die significant bit und das was weiter weg liegt ist more significant sozusagen das hat einen grund dass wir das so machen aber die wesentliche erkenntnis ist erstmal dass wir das tun was ich auch eigentlich schon vorher genannt habe als wir gesagt haben loop kann mit beliebigen daten rechnen nicht nur mit zahlen wir können in jeder natürlichen zahl beliebig viele bits verstecken eine natürliche zahl uneingeschränkten datentyps uneingeschränkter bereichs kann beliebig viele daten in sich vereinen und also reicht aus um um riesige datenmengen zu kodieren zum beispiel ein halbes touring maschinen band auch das ganze aber wir wollen gerne das so machen dass wir in der mitte den zustand haben okay man kann das leicht auf größere arbeitsalphabete erweitern und eigentlich sollte ich hier vielleicht schon das blank mit rein nehmen weil wir natürlich immer nur den teil der touring maschinen des bandes kodieren der keine blanks enthält und wir können leicht ohne beschränkung der allgemeinheit annehmen dass die tun maschine selbst niemals blank schreibt also die könnte sich ein anderes zeichen nehmen was wie blank behandelt wird aber benutzt wird wenn mal was zu schreiben ist was blank sein soll das heißt ich kann immer davon ausgehen dass ich irgendwie so einen zusammenhängenden bereich habe in dem keine blanks vorkommen und danach kommt nur noch blank also ich brauche ich nur die zeichen die wirklich benutzt werden und das blank könnte ich noch hinzunehmen hier das habe ich nicht gemacht an der stelle okay man kann das jetzt leicht auf mehr zeichen erweitern wenn ich nicht nur 0 und 1 haben sondern 0 1 2 oder wie auch immer die zeichen heißen dann kann ich trotzdem das als kodierung einer zahl ansehen nur über einer anderen über einem anderen grundalphabet dann ist es halt eine ernähre kodierung alles andere bleibt gleich okay also zwei zahlen für das band eine zahl für den zustand so konnte wir werden konfigurationen dargestellt wie kann ich jetzt rechnen mit dieser touring maschine wie schafft die das schritte auszuführen wie gesagt left hat den wert der durch diesen teil des bandes binär kodiert wird und wir wollen jetzt auf die binär kodierung von left wie auf einen stapel ein keller oder stack zugreifen also das heißt ich möchte das nutzen als ein stack von bits das oberste bit ist das ap bit das unterste des a1 bit und ich möchte jetzt arithmetisch die normalen push und pop operationen über einem stack implementieren auf dieser zahl und das geht ziemlich einfach ich benutze mal pseudocode wir wissen wir können viele funktionen in loop und auch in while natürlich dann darstellen und für pop braucht man im prinzip nur das folgende um das oberste am weitesten oben liegende bit zu erhalten muss ich einfach den wert des stacks nehmen und modulo 2 rechnen das ermittelt nur ob es eine ungerade zahl oder eine gerade ist das heißt das mod 2 liefert mir das least significant bit einer zahl und wenn ich das also implementieren kann und das kann man dann kann ich das oberste zeichen erhalten und was ist der rest naja tatsächlich der rest also ich dividiere durch 2 und vergesse also ist eben gerade nicht der rest ja der rest ist 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 top aber jetzt höre ich mal auf sie zu verwirren sprachlich also das was nicht oben auf liegt kann ich also zum neuen stack machen ich kann also das entfernen das oberste element indem ich hier die 2 rechne also durch zwei teile ohne rest okay gut und damit habe ich die pop operation auf dieser codierung von left implementiert im prinzip ja also es gibt vielleicht ein paar sonderfälle die ich noch behandeln sollte was ist wenn left der leere stack ist wenn ich schon am rand bin meines band ist kann ich da wie gehe ich damit um das ist ja noch nicht so wichtig push ist ebenfalls ganz einfach wie bekommen sie etwas neues auf den stack drauf sie multiplizieren einfach das was schon da ist mit 2 damit verschiebt sich alles um eine stelle nach links in dem fall so wie ich die zahlen schreibe und dann addieren sie das zusätzliche bit an die frei gewordene ganz rechte stelle ok und auf right können sie genauso zugreifen damit haben sie also zwei stapel anstatt ein band und können damit arbeiten das heißt wir haben das band in zwei stecks kodiert und die zeichen die jeweils am nächsten zum kopf liegen sind ganz oben und das ist eine sehr praktische kodierung damit kann man arbeiten das ist tatsächlich wirklich eine praktische kodierung also so werden auch in der praxis teilweise lange strings kodiert text editoren arbeiten so ja wenn sie eine wenn sie ein cursor irgendwo haben und sie wollen also in dem in dem speicher der dort verfügbar ist etwas schreiben dann ist das natürlich nicht ganz kleines speicher verwaltungsproblem wenn sie das ganze als eine lange liste kodieren würden ja sie müssten mitten in der liste plötzlich neue zeichen einfügen die müssen irgendwie da rein wie kann man damit umgehen dass man nicht ständig neuen speicher alloziert und dann große speicher bereiche hin und her kopieren muss eine möglichkeit dazu ist dass man immer mit zwei stecks hantiert und den kurser immer in in die mitte in die gap zwischen die beiden stecks positioniert und wenn dann jemand tippt dann ist es einfach nur die operation dass man auf einen der stecks obendrauf neue zeichen pusht das heißt man muss neuen speicher nur am ende hinzufügen was eine kostengünstigere operation ist und wenn jemand den kurser plötzlich verschiebt dann muss man schnell kopieren oder muss zwischen den stecks hin und her wechseln kann man natürlich auch noch ganz andere optimierung machen aber sie sehen so kann man also auch ansonsten ganz praktisch arbeiten also wenn wenn jemand an einer stelle nur was ändern möchte auf einem band so wie die touring maschine das tut mit ihrem cursor und dabei immer nur einen schritt macht dann sind stecks die beste praktische praktikable optimierung optimierte implementierung ja also wenn sie meine touring maschinen simulator schreiben wollen dann nehmen sie zwei stecks okay das funktioniert also wunderbar und wir können die mit diesen stecks ganz schön hantieren wir simulieren das ganze in einer großen wild schleife das muss sein ja also die touring maschine läuft beliebig lang wir wissen es vorher nicht das heißt außen ist eine wild schleife die eine variable verwendet die ich sinnigerweise hort nenne solange hort ungleich null ist tun wir hören wir dieses einzel schritt programm aus und das programm für den einzelnen schritt der touring maschine tut im prinzip folgendes zuerst poppen wir von dem umgekehrten right also von dem stack dass der zu unserer rechten ist das ist das zeichen was wir gerade lesen durch eine folge von konditionalen bedingungen kann man jetzt für jede kombination aus zustandsvariable und gelesenem zeichen finden was da zu tun ist also ich mache da einfach großen spaghetti code und suche mir die entsprechende den entsprechenden übergang aus meiner übergangsfunktion raus und wenn ich dann weiß was ich tun muss dann kann ich das leicht implementieren indem ich ein symbol schreiben kann indem ich push auf right ausführer ich schreibe dort wo ich gerade bin anschließend das kann ich auch als push machen ich habe vorher ja ein pop ausgeführt das heißt das zeichen was ich schon lese fehlt ich muss es wieder draufsetzen ich muss nichts ändern ich muss hinzufügen dann führe ich eine bewegung aus die kann nach rechts oder links sein wenn es keine ist muss nichts machen bewegung nach rechts heißt ich busche auf den den linken stack das was ich vom rechten poppen würde und bewegung nach links heißt ich pushe auf den rechten stack was ich vom linken so einfach ist das zustandsänderung ist einfach eine zuweisung ich lässt jetzt einfach q auf den neuen wert und also state auf den neuen wert und wenn ich irgendwann anhalten möchte also wenn die touring maschine einen endzustand erreicht hat auf dieser art dann kann ich einfach hold auf null setzen an der stelle das ist ja auch etwas was immer klar ist wenn die übergangsfunktion auf den endzustand hinläuft wo es nicht mehr weitergeht kann ich kann ich fortsetzen das kann ich an irgendeiner stelle erkennen das kann auch etwas sein was ich dann tue wenn ich merke dass ich ja keinen übergang finde also sozusagen die else bedingung hinter dem ganzen spaghetti code auch das okay auf die art können sie es also irgendwie implementieren und sie sehen okay in dieser art müsste man also in while tatsächlich die touring maschine umsetzen kann und man braucht nur drei variablen dazu um beliebig viele daten der touring maschine auf einem immer größer werdenden band zu speichern in form dieser zwei stacks okay zusammenfassung also natürliche zahlen simulieren stacks der band symbole links und rechts die berechnungsschnitte werden durch einfache arithmetik implementiert die ich sogar in loop zur verfügung hätte und das wesentliche ist außen herum die while schleife die einfach die schritte abarbeitet bis die touring maschine irgendwann anhält wenn sie das denn tut das ist noch nicht ganz ein beweis es fehlen noch ein paar details ich hatte schon gesagt zum einen der leere stack ist nicht behandelt da müsste man vielleicht noch ein paar tests einführen und sich überlegen was da passieren soll einseitig unendliches band zweiseitig unendliches band wären da stichwörter ja was passiert wenn das deck leer ist und ich versuche weiter zu gehen da könnte man sagen man liefert einfach immer etwas zurück auch auf dem lernstack das wäre sozusagen das blank wird gepoppt dann habe ich ein neues zeichen oder man tut das eben nicht dann habe ich dort vielleicht eine grenze wo ich nicht drüber raus kann und man kann auch größere arbeitsalphabete unterstützen die touring maschine muss wie gesagt nicht so einfach sein okay gut das ist also die codierung die man da verwenden kann funktioniert hier im konkreten fall und ist aber auch allgemeinen glaube ich ein ganz gutes muster dafür um zu verstehen wie man wie ein formalismus der in irgendeiner weise natürliche zahlen speichert und selbst wenn es nur wenige sind jetzt nur zwei sind ja schon stark genug sein kann um ganz beträchtliche berechnungen auszuführen also im prinzip liebige touring maschinen abzuarbeiten und das ist eine intuition die einem ganz gute dienste leistet es gibt auch andere berechnungsmodelle in der informatik wo man tatsächlich direkt mit zahlen oder natürlichen zahlen hantiert und wo genau dass das sich dann auch zeigt dass man diese diese stärke da bekommt okay gut damit haben wir loop und while schon relativ weit abgearbeitet ich werde im nächsten video noch ein bisschen was dazu sagen was loop alles kann nachdem wir jetzt verstanden haben wie das funktioniert wie man touring maschinen simulieren kann und kann man vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren wo woran liegt das eigentlich das loop schwächer ist und wie schwach ist es jetzt wirklich genau und dann wollen wir mal noch ein bisschen stärker über weitere konkrete probleme reden die unentscheidbar sind die schwierig sind in diesem teilgebiet wo es um entscheidbarkeit geht und da werden wir noch mal den satz von rice treffen auch den den sie auch schon mal vielleicht gesehen haben in einigen folgenden videos okay was sie noch aus den videos die ich bisher gezeigt habe mitnehmen können ist eine sehr schöne und typische beweistechnik die wir sehr oft verwenden für diese art von argumentation nämlich widerspruchs beweise bei denen man selbst bezüglichkeit ausnutzt ja also diese dieser bezug auf sich selbst dass die annahme dass es ein programm gibt was eine vorhersage über mein eigenes verhalten machen kann und dann schlage ich dem ein schnippchen und versucht da irgendwie das programm auszutricksen und was zu machen was das programm eben nicht vorhergesagt hat über mich diese art von selbst bezüglichkeit muss man an vieler stelle um widersprüche zu finden und das funktioniert eigentlich fast immer auf die gleiche art und weise das werden wir auch noch mal sehen an bei nächster gelegenheit okay gut das war's für heute vielen dank für die aufmerksamkeit tschüss und auf wiedersehen